Morgens gegen halb sechs stehen wir auf. Ich fange dann an die Käserei vorzubereiten. Das heißt, ich drehe den Käse, ich wasche noch ein paar Sachen ab. Der Max, mein Mitälbler, macht in der Zwischenzeit schon mal Feuer fürs heiße Wasser und ich mache dann Kaffee, welchen wir dann gemeinsam auf der Laube trinken beim Sonnenaufgang. Danach gehen wir dann gemeinsam die Kühe holen und gegen halb sieben, sieben fangen wir dann ungefähr an mit dem Melken. Ich bin Antonia Bosse, bin 29 Jahre alt und bewirtschafte diese Käsealp gemeinsam mit dem Max. Wir kommen aus Deutschland und haben beide ein landwirtschaftliches Studium abgeschlossen. Wir haben hier auf unserer Alb 15 Milchkühe, fünf Rinder, zwölf Milch, Ziegen und vier Schweine. Der Max und ich teilen uns die Arbeit eigentlich auf. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Produktion des Berner Oberländer Alpkäses aus der Kuhmilch und der Max ist für die Ziegen verantwortlich und produziert einen Weichkäse aus der Ziegenmilch. Beide Käse werden abgeholt und dann im Tal vermarktet. Bisher habe ich in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in Bonn gearbeitet und war dort eigentlich überwiegend beratend tätig in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft. Nach dem Sommer werde ich dann einen neuen Job anfangen und zwar werde ich in Stuttgart für das Land Baden-Württemberg ein Projekt zur Förderung des ökologischen Landbaus koordinieren. Die Arbeit auf der Alb ist für mich einfach ein Ausgleich zu meiner eigentlichen Arbeit in Deutschland, wo ich doch meistens vom Computer oder im Büro sitze. Noch dazu finde ich diese Tradition der Alpwirtschaft hier in der Schweiz extrem spannend und auch das Handwerk der Käseproduktion. Vor zwei Jahren habe ich schon mal eine Alp bewirtschaftet in der Schweiz, aber damals als Zusennin und als Hirtin. Und dieses Jahr habe ich dann den Käsekurs auch hier im Berner Oberland gemacht, sodass ich dieses Jahr als Sennerin hier diese Alp eigentlich als Hauptverantwortliche bewirtschaften kann. Auf einer größeren und moderneren Alb könnte ich bestimmt mehr Geld verdienen, aber eigentlich gefällt es mir hier, wo es irgendwie klein ist, wir haben weniger Tiere, es ist auch alles noch sehr traditionell, wie wir den Käse herstellen. Zudem haben wir ein super familiäres Verhältnis hier zu unseren Tierbesitzern und für mich spielt das Geldverdienen hier auf jeden Fall nicht die Hauptrolle. Bei unserer Alpwirtschaft ist man heutzutage längst mehr auf Arbeitskräfte aus Deutschland oder Österreich oder anderen EU-Staaten angewiesen, weil Familien heutzutage in der Schweiz sind viel kleiner. Die zwei oder drei Generationen Familienbetriebe in Gizko annehmen. Die Grosseltern haben oft andere Interessen. Die Kinder, die früher helfen, an die Berge hoch in den ganzen Sommer und in längeren Sommerferien hatten, fallen weg. Der bürokratische Aufwand für jemanden aus der EU anzustellen ist relativ gering. Wenn es unter drei Monaten ist, muss man es einfach anmelden. Das kann man im Internet machen. Mit ein paar Klicks ist das erledigt. Gut. Das Befriedigende hier an dieser Arbeit finde ich einfach wirklich, dass man am Ende vom Tag hat man was produziert. Das kann ich in den Händen halten und ich weiß einfach, da habe ich irgendwie mein ganzes Herzblut reingesteckt. Da habe ich jetzt den ganzen Tag und am Ende vom Sommer habe ich da den ganzen Sommer für geschuftet, sodass ich dann wirklich einen Keller voll mit Käse habe und den essen die Leute, die freuen sich darüber und gleichzeitig merkt man auch einfach körperlich abends, was man getan hat. Ja, man ist müde und man geht eigentlich zufrieden ins Bett, auch wenn man dann nur noch in einen komatösen Tiefschlaf fallen kann. Also, wie ein ganzes Herzblut macht. Ja, man kann ja. Na es ist mein Sohn, das ist mein Sohn, das ist unser Schlaf. Wir sind hier zum Schlaf. Ich kann ja. Ich kann ja. Ich bin ein Begriff. Untertitelung des ZDF, 2020